grüßt euch es ist noch etwas dunkler gut wir sind gerade eingestellt die länder sind gerade am preisen deswegen bin ich erst noch auf dem Hürf gefahren, gleich mit dem Traktor, ja ja. Das ist eigentlich also noch später geworden. So. So, E-Felt haben wir schon fertig, auch schon abgegeben. Steil, ne. Mitten in der Nacht. Das Düngle ist es nachts. Dann rennt er hier über die Straße einfach so. So, wir sind jetzt gerade dabei. Also, Feld 18, genau. Jetzt sind wir gerade dabei. So, wir haben jetzt Oktober. Könnte man jetzt nochmal schauen, wegen neuer Aufträge. So, dass wir uns die schon mal sichern. Wahrscheinlich richtig. Nicht ganz. Ja, wir sind jetzt noch geachtet. So, wo ist hinfalle. Ich weiß nicht, wo wir uns auch. Eieieiei. So, genau. Machen wir jetzt erstmal noch, auf jeden Fall die. Der 18 machen wir auf jeden Fall noch fertig. Ich würde sagen, wir machen die alle noch fertig erstmal. Dass die erstmal. Dass die Krauss-Mission erstmal weg sind. Und ja, wir sind jetzt immer noch ein Kind. Ja, ja schön. Und ja, wir sind immer noch ein Kind. 55 Euro. So. Nippet. Ihr habt es wahrscheinlich im ersten Video gesehen, was bei Feld 8 zu machen gewesen wäre. Und dann habe ich natürlich auch Silageballen gemacht. Und dann irgendwann kurz vor dem abgeben wäre es mir aufgefallen. Oh. Die wollen ja. Ui. Ballen wollen die ja. Habe ich nie gesehen. Bei dem Antrag, ihr Vertrag annehmen. Wo ist denn hier mal eine Einfahrt? Na ja. Da muss irgendwo eine sein. Aber. Habe ich jetzt halt dort einen halben Silageballen rumliegen. Und musste halt Heuballen kaufen. Schade. Aber, dass er sich für die Heuballen ausgegeben hat. Ist weniger. Wie das, was die Silageballen wert sind. Also ist das nicht so schlimm jetzt. Da hat er ein Licht. So. Gut. So. Jetzt kann ich erstmal starten. Die können jetzt erstmal starten. Mein Helfer. Los geht's. gut ich bin ja eigentlich schon mal nicht gerade beim wegel sonst komme ich wieder nie mal beim ersten welt habe ich ein bisschen falsch kamen hier wo habe ich auch vorgewendet anfang gemacht abschüder vergessen dass man ja bei kreis mission eigentlich oft bahn anfangen sollte bei dem jahr ist es halt noch da ist es dann halt möchte liegen hier noch welche oder ist das der erste der da raus geschmissen hat da liegt eben wieder schön im vorgewend herum müssen wir da raus holen so 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 nehmen wir gleich mal ein so wie viel haben wir jetzt? 18 dann Zwiebeln, Sojaböin, Trimblüm noch die zwei zum düngen, auch jetzt 23 26 Aufträge haben wir jetzt wieder reichlich zu tun und vorher lassen wir ja noch die Ballmisionen, die Lange Ballmisionen abschließen an so, wo fängt der an? die hat angefangen das ist doch nur ganz schön was stehen hier liegen muss ich sagen alle und alle und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schätzt dich so auf extrem eingeholt und nicht löscht. Komm, gib mir her, gib mir her und weinen. Stell mir herunter, holen schön. Schade, ich dachte, ich krieg mir irgendwie die Griffe schon, ne komm jetzt, schmeißen da einen sich mal runter, meine Güte. Schade, ich hab dich nur einen angestigen, aber ich Zeig schade, dieventil've. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Auffällt, der 18 haben wir es wohl gemacht, haben wir die 33 und die 42, was haben wir denn, das ist ein Neo, 33 und 42, was sind sie denn wieder, ah die 33, die 7 und die 42, was sind die scheiß, ach du, was sehen wir dort, ja, wir fahren erst mal zur 42, genau, 142, so, 42, so, so, gut, gut, so, 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 hat, so, so, hat, so, 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 jetzt wieder nicht, so, 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 Warum gehen die jetzt hier nicht alle raus? Das ist doch schon wieder nervig. Schließen. Warum gehen die jetzt nicht weg? Löschen. Löschen. So. Ach, hier muss ich drüft liegen. Geht irgendwie nicht. Irgendwie nieserisch zumindest. So. Gut. So, in Ordnung. Und da kann man nämlich dann gleich noch eine neue Rechnung stellen. So, du wickelst hier mittlerweile den Endballen noch. Und wir gucken mal, was er an beiden gepresst hat. So, er hat... Hier steht jetzt nicht da. So steht jetzt nicht da. Ach, ich weiß warum. So, jetzt steht es da. Genau. 95. Ich glaube noch nicht. So, 95. 95. 95 Ballen. Neue Rechnung. Mähn. Pressen. 95. 95. Und zufügen. Also für Kenhof eingetragen. Rechnung stellen. So. Und jetzt tut er. Was macht er jetzt? 42. Tumor Outliner machen. Neue Rechnung. Mähn. Feld 42. Dürfte nicht ganz teuer werden. So. Gut. In Ordnung. Achso. So. So. Es ist jetzt nicht da sitzen geblieben. Muss doch noch zurücksetzen. Wollen zurücksetzen. Steuerung als Z. Steuerung als Z. So. Ja ne, das brauch ich nie. Gut. Oh, aus. Irgendwie noch ist der hier an. die ballen einsammeln so aber ich werde jetzt erstmal das video enden ja die crossmission abschließend ich denke mir dann wir haben uns zunächst wiedersehen bis dahin